karten chaos guten abend babbel abend ist falsch es gibt ein neues karten chaos wir gucken mal eben rein spinnen spinnen überall alles ist voller spinnen sogar euer deck egal welche klasse ihr wählt in eurem deck wird es von netzwebern wieso wimmeln endet in drei tagen ihr seht sieger 1 ich habe eben gerade im beisein von babbel ein spiel gespielt und auch gleich das kartenpaket abgeholt babbel du hast noch nicht gespielt zero gut also wir spielen wieder dreimal gegeneinander immer an anderen helden macht glaube ich nicht so viel unterschied diesmal aber so ein zwei zauber sind im deck mit drin jetzt habe ich nicht darauf geachtet was brauche ich denn brauchst nicht auf quests achten doch ich gucke auf quests wobei meine quests waren auch spielt so und so viel karten von dieser klasse das bringt mich jetzt hier auch nicht weiter zumindest nicht wenn ich nicht unbedingt irgendein bild hier klasse habe ich nehme und das leder war lange sind die karten ja die karten sind alle neu und deshalb muss das lange laden hier ist die komplette bahn ausgefallen nach dem sturm keine züge mehr gefahren ein ordentliches chaos in hamburg gemacht ja bis jetzt auch schon eigentlich wieder bei uns vorbei der sturm hey du hast hier endlich was habe ich den diener jetzt meiste schurken noch was hat es wenig mehr als hattest du noch nicht und dann irgendwann hast du jetzt wohl bekommen ja das ist aber schon ein paar wochen her das ist aber sehr lange kein schurken mehr gespielt kommt damit nach gefälschten münze die normalen wirst du auch noch haben die hast du hast du die habe ich du hast du die dann ich habe die gefälschte münze kann ich auch damit noch einer ernster jetzt brauche ich jetzt habe ich dich jetzt brauchst du was zum silent ja dann denkst du dann gebe ich direkt auf oh das ist gut hör mal 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 hör Ich glaube, mein Game ist gerade gefließt. Nein, noch nicht. Fast schon eigentlich schade, dass du nicht deine vier Mana schon ausgeben hast. Ja, ja, deswegen habe ich auch so rum gespielt. Ihhh. Boah, jetzt kommt hier im Spot, weißt du? Und mein Handy vibriert, ist egal. Und mein Handy vibriert, ist egal. Alter, was für eine scheiß Heldenfähigkeit. Ich finde das schon ziemlich geil. Was ist denn die Karte her? Moment, der kriegt jetzt plus 2,1. Ja, dann machen wir den doch weg. Okay. 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 Ich bin immer wieder für Überraschungen gut. Okay. Frag nicht. Ich denke manchmal quer und mache einfach. Ich höre einfach auf das Herz der Karten auf. Okay. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ich höre einfach nicht. Ich höre einfach nicht. Nein, mach mal. Ich höre einfach nicht. Ja, denk nach, ne? Ja, Moment, klar. Okay. Hauptsache erstmal kein Wildchen mehr da draufstehen lassen, ne? Auf deinem Sinn. Die kommen alle so schnell wieder. Ach so. Ach so. Ja, wenn jetzt sonst nichts ist. Das ist jetzt eklig. Ja, ja. Das geht sogar. Geil. I. 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 Krasser Scheiß, das hat so weit geklappt. Mache ich das? Das ist auch doof. Aber wenn du jetzt schon wieder so lachst, ne? Ja, ich weiß aber gerade nicht, ob ich das machen soll. Das bedeutet nichts Gutes. Oh, ich hasse diese Karte, ne? Ja. Gezrilla ist anscheinend ein Wildtier und kein Drache. Ich hätte da eher auf Drache getippt. Boah, ist das ekelhaft. Ne, warte mal. Zwei. Ich muss ihm gleich mal ein bisschen Schaden zufügen. Okay. Was hast du denn für einen Fehler gemacht? Das willst du jetzt gerade nicht wissen, aber alter Vater. Ach, ich konnte mir so ein Terrorhorn. Jetzt erzähle ich dir nicht mal, was mein Fehler war. Moment, jetzt muss ich mal überlegen, ob das klug ist. Ja, das ist klug. Das war nicht mein Fehler. Wenn ich die jetzt nicht ausspiele, kann ich halt erstmal alle von dir wegmachen. So, ja. Erster. Hm. Wie machen wir das? Geht da rein. Ich verstehe nicht. Ja, so ist gut. Hätte ich alles mitgenommen. Was soll ich denn mit dieser... Alter. Eure Rekruten der silbernen Hand. Mutiert eure Rekruten der silbernen Hand. Als Schurke, oder was? Die wirst du definitiv gebrauchen. Was soll ich bloß tun? Ja. Die brauche ich als Panadin, aber so... Mach mal Wortkler, ne? Ja, krieg ich hin. Ich mach gleich schön Selbstmord hier. Ach so. Ne, ne, ne. Mein Monster hat dich dann ja trotzdem verstört, wenn du mich jetzt angreifst. Hier aber vorher mal noch fette Move, so. Und hau dir noch mal eins ins Gesicht. Und mach den. So, sehr gut. Jetzt krieg ich mein Kartenpaket, ne? Mhm. Guck mal, sowas finde ich gut. Ja, sowas unterstütze ich. Hey, wir haben 19 Uhr. Ja, das Team ist ja wirklich. Ja, gut, dass Blizzard davon nicht betroffen ist, sonst würde wahrscheinlich unser Spiel jetzt abschmieren. Wäre schon ziemlich belastend. Dann beeilen wir uns doch mal, damit wir gleich nochmal schön Schnäppchen machen können. Ja, da kann ich gleich schön noch so nebenbei vielleicht. Ähm. So. Ich glaub, mit dem mach ich dann jetzt erstmal meinen... Oh, ich hätte aber eben... Ich hätte eben die eine Karte noch ausspielen können mit Rekrutiert. Weil dann hätte ich schon mal eine Karte von der Quest mitspielt. So und so viele Paladin-Karten. Naja. Wo hab ich denn jetzt Bock? Okay, war es ja gar keine Paladin-Karte, sondern einfach nur ne neutrale Karte, die aber extrem gut zum Paladin passt. Ich möchte spielen mit... Steam is down. As always. Ich komm bei Steam grad nicht rein. Ich guck mal eben. So wird immer lustig. Ja, bei mir tut sich aber auch nix bei Steam. Doch, ich kann auch in meine Bibliothek gucken. Shop nicht. Shop lädt und lädt. Hier bei mir steht immer äh... Ja, Steam Store has... Und dann da halt. Der Magier hatte ich grade auch erst ausgewählt. Ich glaub der ist gut. Weil du hast doch viele Magier-Zauber im Magier-Deck. Ach. Ja. Was auch sonst. Du hast die Münze. Ich glaub ich hab Schamanen-Zauber hier in meinem Deck. Glaubst du? Ich glaub Paladin ist gut. Ich glaub du gehst Paladin an. Alter, Münze vor sie winnen hier. So. Bringen mich sonst so viele Karten auf die Hand. Bringen mich immer durcheinander. Deswegen gleich weg damit. Es wird jetzt grade... Richtig dunkel. Richtig dunkel. Dann wird's bei uns heute Nacht scheppern. Wer will jetzt unbedingt zur Kirche gehen, weißt du? Wer wird jetzt zur Kirche gehen? Nachdem es grade so hart geregnet hat. Ich schwör nicht zu. Oh, jetzt geht ja auch noch alles face. Ey. Ich hab aus dem Netzweber ein Netzweber bekommen. Ist das nicht schön? Das ist krank. Spielen wir noch ein paar. König Mugler. Error. Ne, also Steam App geht auch nicht. Belastend. Glaubst du, Steam hat schon mal überlegt, einen neuen Server einfach für den... für den Sale anzubieten. Zu mieten? Jaja. Ich glaub irgendwie, dass wir voll Sinn ergeben. Also jetzt schüttelt. Stürben. Oh, jetzt hab ich so ne eklige Karte. Die ist zwar gut, aber... Das ist voll nice. Ey. Hörst du das auch? Wenn ich die Karte anhebe, dann macht das so'n coolen Geräusch. Boah, das kann bitter sein, aber... Hm. Äh. Komm, ich probier's gleich mal aus. Komm, ich mach jetzt gleich mal was Lustiges und dann probier ich das mal aus. Entweder ich sterbe oder du stirbst. Aber einer wird gleich sterben. Ne, nimm ich mal weg. Einer wird gleich schon sterben. Einer wird gleich schon sterben. Och du Scheiße. Vergibst du mich für'n Zehner ja vorhanden. Och ne, jetzt kann ich die nicht spielen. Jetzt mit Sport geht das nicht. Ja, und schon ist dein Plan zunichtet. Nein. Mein teuflischer Plan. Komm. Komm. Kröde. Ich hab die Kröde bekommen. Ok. Aach du Kacke! Es macht jedem einen Schaden, ne? Auch. Schön gespielt. Mein Hand ist jetzt schon mal voll. Ja, meine ja auch. Das ist ja... Wie machen wir denn das jetzt am besten? Was kann der denn überhaupt hier? Der ist unbeleutend. Der macht nichts. Der pusht nur die anderen. Okay. Also, ich muss hier auf jeden Fall rein. Urlauber ist das. Das macht der Olli jetzt auch, so. Okay, das kann echt bitter enden, aber... Dann möchte ich auf jeden Fall den noch mit im Game haben. Ach so! Wir machen die hier gegenseitig schade. Und, weil ich es einfach kann, mache ich hier nochmal den und mal gucken, ob er gleich wieder weg ist. Was? Nein, ist nicht gleich weg. Doch, ist gleich weg. Scheiße, zwei ist doch gleich weg. Ja, die machen sich gegenseitig schade, das ist nicht gut. Ja, ja, das war aber auch mit eingeplant. Ich wollte ja dein Board clearn erstmal. Ach, ich spiel eine raus. Ah, passt schon. Ja, klar. Ja. Ja, ne. Aber ich muss ja auch irgendwas wegspielen. Nein, musst du nicht. Lass mal. Ja, sonst hab ich gleich hier 100 Karten auf Hand, ey. Du kannst ja eh nur Maxima 10 haben. Hat das fast schon. Den nochmal. Das finde ich gut. Das unterstütze ich. Autsch. Ach so. Jetzt checke ich die Karte erst. Wirst du das machen? Das ist jetzt die Frage für mich. Ach, ich vertraue dir da mal, dass du jetzt die richtige Entscheidung fallen wirst. Aber es wird auf jeden Fall ziemlich risky für dich, jetzt die Karte zu zerstören. Zerstörst du echt nicht? Muss ich? Du Psychopath. Geht safe gedacht mit einer der Karten, machst du auf jeden Fall weg. Ich hab dich gerade nicht gehört. Ich hab bei meinem Kopf gehört. Ich war mir jetzt echt sicher, dass du die weg machst. Boah, jetzt zerstörst du meinen ganzen Zug. Scheiße, muss ich die zerstören. Moment, mit der machst du... Ja, nee, mit der machst du das mal. Jetzt kommt genau die, die ich nicht möchte. Ja, das ist eine gute Frage. Am schönsten wäre ja irgendwas mit Ansturm bei mir, ne? Meine Hoffnung ist jetzt... Sag ich dir gleich, nachdem du gemacht hast, weil sonst machst du das nicht. Aber das war's doch. Ach so, fuck, hab ich jetzt voll nicht drauf geachtet. Kacke, das war jetzt voll dumm. Ja. Moment, hätte ich erst das retten können? Ich kann aber auch so machen. Ja, doch, hätte ich retten können. Easy. Ja, kacke. Ja, doof. Gelaufen. Ja. Du sagst nochmal was. Einmal nicht aufgepasst, wa? Ja, Mensch, doch. Ey, gibt's ja gar nicht. Oh, easy win. Easy win. Abgehoben. 1-1. Ja, ich dachte jetzt war jetzt ziemlich easy, aber nee, war jetzt nicht easy. Jetzt wird's abgeschlossen. Ey, guckst, ich mag ja gerade so raus. Puh. Boah, das ist jetzt echt schwierig, du, aber ich weiß jetzt schon, was du nimmst. Es ist halt mega obvious, was du jetzt nimmst. Ja, und? Da bin ich auch ein bisschen verliebt, muss ich sagen, ne? Komm mal, ey. Komm mal, ich schlag dich jetzt mal. Ja, was ist? Bild ist jetzt aus. Wird richtig schlagen, ne? Sicher richtig schlagen. Hamburg geht unter. Ja, Hamburg geht unter. Ist aber nicht gut. Und ich wohne direkt am Hafen. Eigentlich, eigentlich, eigentlich ja nicht direkt. Also, also indirekt. Du wohnst indirekt am Hafen. Direkt. Du wohnst in so einem Schiffchen, ne? Da hast du so ein Schiffchen gekauft, weil... So, die brauche ich noch nicht. Eine davon nehmt. Ne, dann nehme ich mal weg. Äh. Well, das hätte besser laufen. Du hast auch gedacht, ich habe den Priester... Ich nehme den Priester, oder? Ja. Ja. Ich habe dann auch erst umentschieden. Ich wäre einfach so mega optisch gewesen, weil das macht schon mal. In meinem Video kann man sehen, dass ich den Priester erst ausgewählt habe. Ja, aber noch nicht bestätigt. Von daher. Kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit anzugreifen? Ja, kannst dich doch heilen. Ist doch halt ein Problem. Gibt's... Ah, hör mal. Wir machen immer so ein ekliges Geräusch. Ich brauche keine Karten. Eine reicht mir. Oh, jetzt hätte ich gerne so ein Massenzor. Oh, die ist gar nicht so geil. Ich dachte gerade, die wäre voll geil, aber die ist gar nicht so geil. Werde ich ja sehen, wie ich du meinst. Wenn du überhaupt spielst. Ja, ne, jetzt nicht. Buchen kann ich auch. Oh, ich kriege noch einen Übernachtungsgas. Deswegen regnet's. Deswegen regnet's. Deswegen regnet's. Wieso... Ist denn dein Plan da? Ja, pass auf. Wieso greifst du mich die ganze Zeit direkt an? Lass mich doch. Mann, ich will dich nicht deine Gdina angreifen. Ich will dich auch direkt angreifen. Ach so, jetzt gleich kommst du hier mit dem schönen Geheimnisverhalten an der Ecke. Ah, zu gut. Überraschung! Das war dein Plan. Ich verstehe. Ach du Kacke. Ach so, ich muss die jetzt auch erstmal durchlesen, sonst brauche ich gar nicht so lange. Warte mal. Der ist gut. Der ist okay. Mach schnell. Hopp, hopp. Ich kann ja auch nicht so viel spielen. Also, eigentlich kannst du insgesamt fünf Karten spielen. Ne, das finde ich... Ah, das finde ich nicht gut. Lass uns überleben die wenigsten noch ne Runde. So. Jetzt krieg ich nochmal die Karte, ernsthaft. Die braucht doch keine Sau, die... Mach mal den Affen, oder was? Ja, ne. Oder die du am Anfang so doof fandest. Ne, die Krabbe. Wer braucht denn die Krabbe? Möller kommt doch eh zu keiner. Wer braucht die Krabbe? Doch. Ich hab zum Beispiel einen Diener, da kriegst du einige Murlocs. Ne. Ey, du willst... Ach, du willst dich doch an Arsch. Ich dachte so, ja, okay, Murlocs Band eh niemals kommen. Doch, doch. Ach so, warte mal. Darf ich mal erstmal den? Äh... Greif. Greif. Ich will ihn nicht gleich losen. Aber ist gerade echt zu gut. Ich brauche ihn, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Ich brauche ihn, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Heilige Nova, wo bist du, wenn man sich braucht? Mein Gott, ne. Äh... Stellt mich doch nicht so vor Aufgaben. Das fand ich klug. Hm. Ach komm, jetzt brauche ich ihn. Äh... Kann man natürlich machen, ne. Das nützt mir jetzt gar nichts. Das nützt mir auch noch nichts. Fall auf, das... Okay, aber jetzt, jetzt lohnt's das noch nicht. Nächster Zug. Nächster Zug bist du wrecked. Naaah. Scheiße, ich dachte, ich hab verloren. Dass der Drachenfalke ein Wildtier ist, ist auch frech. Boah, jetzt muss ich, jetzt muss ich richtig... Ah, warte mal, zwölf. Ei. Zwanzig machst du mir, ne? Zweiundzwanzig. Zweiundzwanzig. Also je nachdem, wann der Übernachtungsgast kommt, oder ob er überhaupt kommt, ähm... Ist das Video vielleicht das letzte erstmal? Was, du das auch mit YouTube? Das will ich nicht. Dann... Ja. Hast du genug Fame? Mega Spoiler. Mega Spoiler. Ey, ich lass noch mal einen separat, wie... Ja, okay, gg, gg. Scheiße. Autsch. Yay. Also, ich... Hier, ich hab noch Riesenmaum. Komm, komm auf 8. 16. Dann guck ich mir aber noch mal an, was da so drin ist. Obwohl, warte mal. Muss ich... Ich wollte eigentlich den noch mal... Ruft am Ende eures Zuges, warte mal. Kommt da auf 16? Ne, dann krieg ich's nicht hin, schade. Ich wollte mal gucken, ob, wenn der Raptor einen Diener... Kann's doch nicht ausprobieren. Also, ich kann jetzt im Nächsten doch eh nix machen. Ich mach da auf Nummer sicher hier. Gewonnen ist gewonnen. Wieder 2-1. Die Serie hält, mein Freund. Stehst du drauf, ne? Ach, pass auf. Du kannst jetzt in jedem Video so einen Counter einblenden. Wie lange, wie lange will ich das dann? Da bin ich technisch so doof für. Ja, okay. Jo, das war's wieder. Ja. Wenn ihr, wenn ihr noch keine Ahnung von Wildtieren habt, dann empfehle ich euch dieses Kartenchaos. Es geht schnell. Einfach mal reingucken. Schnell das Kartenpaket mitnehmen. Und gut ist. Keiner mag Wildtiere. Ja, so richtig nicht, ne? Doch, den, äh, Juwelen-Scarabius finde ich sehr geil. Den ich gerade ausgespielt habe. Ja. Ja. Glaube ich. War das der? Ja, aber das ist kein Wildtier. Doch, dieser Kleine da. Der, der 1-1 kostet, äh, der, ja, 1-1 hat, ne? Ach so, ich dachte gerade den 7-7er. Und eine Dreierkarte entdeckst. Nein, nicht den. Nicht, kleinen, bunten. Naja, wir haben 6, ich hab 16 Kartenpakete. Ähm, wenn ihr euch fragt, warum macht ihr die nicht auf? Ja, mit dem Bubble wird's jetzt wieder Zeit, ne? Ja, Montag. Montag. Jo. Dann schaltet rein, äh, schaltet rein. Schaltet ein am Montag. Ja, ne? Sagst du tschüss? Ja, bis Montag. Tschüssi. Ja, reingehauen. Tschö. Ja, da. Vielen Dank.